Moinsen und Willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Wars die Knights of the Republic. Wir sind jetzt kurz davor nach Korriban zu fliegen und wir starten erstmal. Was ist passiert? Was ist hier los? Ein SIS-Schiff der Interdictor-Klasse. Sie haben anscheinend an der Hyperraumroute auf uns gewartet. Wir sind in ihrem Traktorstrahl. Erkennt ihr das Schiff? Es ist die Leviathan, das Schiff von Saul Kareth, meinem alten Mentor. Admiral Kareth brachte mir alles bei, was ich über das Leben eines Soldaten wissen musste. Er war eine lebende Legende der republikanischen Flotte und in meinen Augen ein Held. Bis er uns verriet. Als die SIS meine Heimatwelt angriffen, flog die Leviathan-Saul Kareth-Flaggschiff vorne weg. Dieser Tag war auch das Ende meiner Familie. Meine Frau starb bei den Bombenangriffen. Lasst nicht zu, dass euer Verlangen nach Rache euren Verstand vernebelt, Karf. Ich werde nichts Unbedachtes tun und ich denke nicht daran, unser Leben für einen hirnverbrannten Rachefeldzug aufs Spiel zu setzen. Aber sollte ich die Gelegenheit haben, Saul bei unserer Flucht zu erledigen, dann kann ich ihm nur raten, sich mir nicht in den Weg zu stellen. Fluchtpläne sind wohl fehl am Platz, meint ihr nicht? Wir haben ja noch nicht einmal einen Plan, wie wir uns aus dieser Lage befreien könnten. Das wird nicht leicht, gebe ich zu. Saul ist kein Dummkopf. Er wird uns nicht unterschätzen. Verlasst euch darauf, dass er jede Menge Wachen abstellt, die jeden einzelnen Schritt von uns genau verfolgen. Vielleicht weiß Admiral Kareth nicht genau, wie viele wir sind. Wir haben spezielle Begabungen. Begabungen, die wir nutzen könnten, um einem von uns die Flucht zu ermöglichen. Wir müssen herausfinden, wer von uns die besten Chancen hat, einer Gefangennahme zu entgehen, damit er später zurückkehren und uns befreien kann. Es ist fast aussichtslos, aber unsere einzige Hoffnung. Das ist jetzt eine interessante Idee, wen wir jetzt nehmen sollten, um hier diese Schlacht zu gewinnen am Ende. Aber ich schätze mal, der wird uns drei ganz schön im Auge behalten, also sollten wir vielleicht jemand anderem nehmen. Gut, aber wenn wir einen aussuchen wollen, der uns allen die Haut rettet, dann sollten wir uns beeilen. In den nächsten Minuten wird es hier vor Sys-Truppen wimmeln, die unsere Laderampe hochmarschieren. Ich würde mal sagen, Johani, weil die ist... Die ist halt, wie gesagt, jede Hüte und kann halt sehr gut mit ihren Schwertern austeilen. Ja, ja. Ja, das machen wir mal so. Ihr sprecht die Wahrheit. Mir ist es vielleicht als Einzige in der Gruppe möglich, versteckt zu bleiben, wenn die Sith das Schiff durchsuchen. Ich könnte warten, bis die Wächter ihre Durchsuchungen abgeschlossen haben und euch dann befreien. Wir versuchen das auf eurem Weg, Johani. Möge die Macht mit euch sein. Wartet. Sie ziehen uns an die Landungsbrücke. Da bin ich mal gespannt. Pastila, Karth und die Crew wurden wiebevollen gefangen genommen, Commander. Sehr gut. Haben Sie das Schiff gründlich durchsucht? Admiral Karth hat mich ausdrücklich vor Verrätern gewarnt. Wir haben das Schiff gründlich durchsucht. Wenn wir jemanden übersehen haben, muss er unsichtbar sein. Gute Arbeit. Gehen Sie zurück auf Ihre Posten. Ich informiere den Admiral. Oh, Karth. Es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander sprachen. Ich sehe, die Zeit war nicht gnädig zu euch. Ich habe euch kaum erkannt. Ich habe euch gleich erkannt, Saul. Ich sehe euer Gesicht jede Nacht. Immer wenn ich mir schwöre, dass ich euch für alles bezahlen lasse, was ihr meiner Heimatwelt angetan habt. Habt ihr nichts in der Zeit gelernt, in der ihr unter mir gedient habt, Karth? Als Soldat solltet ihr wissen, dass Opfer unvermeidlich waren. Es war Krieg. Das war feiger Verrat. Eure Flotte bombte ein ziviles Ziel ins Nichts. Ohne Vorwarnung. Ohne Anlass. Das Blut dieser unschuldigen Leute klebt bis heute an euren Fingern. In einem Krieg müssen auch die Unschuldigen sterben, Karth. Die Sith waren erst bereit, mich zu akzeptieren, nachdem ich ihnen mit dem Bourbon de Morn des Planeten bewiesen hatte, dass ich mich wirklich von der Republik abgewandt hatte. Meine Frau und mein Sohn sind bei diesem Angriff umgekommen, Saul. Und dafür werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Ihr wart einst ein Mann der Tat, Karth. Nicht ein Mann der leeren Worte. Klammert euch an eure Rachsucht, wenn es euch etwas hilft. Aber erspart mir eure leeren Drohungen. Ich habe das alles schon zu oft gehört. Ihr spielt bei diesen Ereignissen ohnehin nur eine geringe Rolle. Lord Malak ist wesentlich mehr an euren Jedi-Gefährten interessiert. Er hat große Pläne für sie. Wir werden nie Malak oder der dunklen Seite dienen. Die Sith werden vernichtet, Admiral Kareth. So wie ihr, wenn ihr nicht umkehrt. Tapfere Worte, Bastila. Doch der Verlockung der dunklen Seite ist schwer zu widerstehen. So sagt man zumindest. Ich frage mich, ob eure Begleitung dem Licht ebenso treu dient wie ihr. Ihr vergeudet eure Zeit, Saul. Ich werde die Jedi niemals verraten. Ihr wehrt euch? Ich bin mir sicher, dass Malak eure Loyalität den Jedi gegenüber als amüsant empfinden wird. Der dunkle Lord würde mich vermutlich belohnen, wenn ich euch einfach aus dem Weg räume. Doch er will euch verhören nach all den Schwierigkeiten, die ihr gemacht habt und der gemeinsamen Geschichte, die ihr teilt. Geschichte? Wovon sprecht ihr? Ihr wollt damit sagen, das gibt es doch nicht, oder? Ihr wisst wirklich nicht, was hier vor sich geht, was? Nun, ich will Malak doch nicht die Freude nehmen, es euch persönlich zu sagen. Der dunkle Lord wird euch zweifellos foltern, um Informationen zu erlangen und um seine verdorbenen Gelüste zu befriedigen. Früher oder später werdet ihr ihm alles verraten. Die Sith können sehr überzeugend sein, doch Lord Malak ist in einem anderen Sektor. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis er hier ankommt. So werde wohl ich für ihn anfangen müssen. Aktiviert die Folterfelder! Genug. Ich möchte doch nicht, dass sie bewusstlos werden, bevor ich meine Fragen stellen kann. Malak wird alle Informationen, die ich ihm bei seiner Ankunft übergeben kann, hochschätzen. Spart euch eure Mühen, Sol. Wir werden keine dieser Fragen beantworten. Ich bin mir sicher, dass ihr das nicht werdet. Doch die Loyalitäten eurer Begleitung waren auch schon früher, nun sagen wir mal, flexibel. Wovon redet ihr? Ich verhöre euch und nicht umgekehrt. Ihr stellt keine Fragen, sondern beantwortet meine. Es ist an der Zeit, eure Loyalität auf die Probe zu stellen. Ich fürchte, dass es mir nicht viel bringt, euch zu foltern. Euer Wille ist zu stark, als dass man ihn so brechen könnte. Doch selbst die stärksten Helden können jene, die sie lieben, nicht leiden sehen. Das Verhör beginnt jetzt. Jedes Mal, wenn ihr euch weigert zu antworten, oder mir eine falsche Antwort gebt, leidet Bastila. Mein Schmerz spielt keine Rolle. Erzählt ihm nichts. Mich ermüden diese Spielchen. Ich will meine Antworten. Und ich will sie jetzt. Auf welchem Planeten ist die Jedi Akademie, in der ihr ausgebildet wurdet? Die Jedi Akademie? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Also gut. Das ist der Preis für euren Widerstand. Ah! Genug. Ihr seht, was passiert, wenn ihr euch zu widersetzen versucht? Die erste Frage war nur ein Test. Natürlich weiß Malak, dass die Akademie auf Dantuin war, bevor sie von unserer Flotte zerstört wurde. Dantuin ist jetzt nichts mehr als ein großer Friedhof. Dort stehen nur noch rauchende Ruinen, in denen die verkohlten Skelette eurer ehemaligen Meister liegen. Nein, ihr lügt. Und das ist nicht wahr. Es spielt keine Rolle, ob ihr mir glaubt oder nicht. Die Jedi auf Dantuin wurden ausgelöscht. Und damit auch jede Hoffnung, dass euch jemand retten könnte. So. Und jetzt erzählt mir von eurem Auftrag. Wie solltet ihr Lord Malak und die Sith Armada aufhalten? Hm. Wir wurden hierhergeschickt, um Lord Malak zu töten. Haltet ihr mich für einen Narren? Die Jedi sind keine Meuchelmörder. Sie würden niemals auf so einen Plan verfallen. Vielleicht benötigt ihr eine Erinnerung, welche Konsequenzen es hat, wenn ihr euch weigert zu kooperieren. Nein. Ah. Nein. Diese Schmerzen. Diese Schmerzen. Ah. Könnt ihr sie leiden hören? Ihr könnt ihr weitere Schmerzen ersparen, indem ihr einfach nur meine Fragen beantwortet. So. Ich frage erneut. Welchen Auftrag hat euch der Rat der Jedi erteilt? Ihr seid ein böser und kranker Mann, Thor, Kareth. Vielleicht wäre es jetzt Zeit für eine weitere Lektion. Ja? Nein. Au. Au. Nein. Ich flehe euch an. Gnade. Nein. Es wundert mich, dass sie nicht schon früher bewusstlos wurde. Nur selten sah ich, dass jemand solche Schmerzen erduldete, ohne bewusstlos zu werden. Ich sehe schon, dass ich hier nur meine Zeit vergeude. Wenn Malak ankommt, werdet ihr herausfinden, dass meine Verhörmethoden im Vergleich zur normalen Vorgangsweise bei den Sith gnädig sind. Ich werde euch hier in eurer Zelle lassen. Was ihr jetzt erlebt habt, war nur ein kleiner Vorgeschmack des Schreckens, den Lord Malak für euch bereithält. Ah. Frisch. Sehr frisch. Vermeidet schnelle Bewegung. Ihr seid noch nicht ganz wiederhergestellt. Admiral Carruth ließ euch weiter foltern, als ihr längst das Bewusstsein verloren hattet. Sie haben uns alle gefoltert, auch wenn ihr das Schlimmste los ertragen musstet. Saul wollte uns leiden sehen. Er ist ein sadistisches Monster geworden. Die dunkle Seite hat ein Monster aus ihm gemacht, Carve. Wer diesen Pfad einmal eingeschlagen hat, wird immer weiter in die Tiefen des Bösen hinabgezogen. Ich fürchte, er ist für immer verloren. Hm. Puh. Ja. Ja, vielleicht habt ihr recht. Angesichts dieser zügellosen Grausamkeit kann man den Hoffnungsschimmer schon mal aus den Augen verlieren. Aber es stimmt, was ihr sagt. Die Nachricht von der Zerstörung Dantooins hat mich schockiert. Erst Taris, jetzt die Akademie. Nimmt das denn gar kein Ende? Vielleicht hat er ja gelogen. Ich würde gerne glauben, dass Sol uns angelogen hat. Aber schon bei seinen ersten Worten wusste ich, dass es stimmt. Die Akademie ist verloren. Wir hätten die Erschütterung der Macht spüren müssen, als der Angriff kam. Die Tatsache, dass wir nichts spürten, ist ein schlechtes Zeichen. Ich fürchte, die dunkle Seite wird immer stärker. Und verbreitet Schatten, die wir nicht durchdringen können. Wo ist er jetzt? Ich muss euch etwas gestehen. Es gab einen Moment, einen kurzen Moment. Da habe ich gehofft, ihr würdet ihm erzählen, was er wissen wollte. Einzig und allein, damit diese Qual ein Ende hat. Saur hat uns ohnehin gefoltert. Ganz egal, was ich ihm gesagt hätte. Ich kenne Admiral Kareth schon seit langer Zeit und denke, dass ihr recht habt. Das Verhör war eine Farce. Sol hat mit uns gespielt. Was wir sagten, war ihm völlig egal. Ich denke, das Ganze war lediglich ein Vorwand, uns zu quälen, bevor Malak eintraf. Habt ihr das gespürt? Eine Erschütterung der Macht. Der Admiral hat seine Nachricht gesendet. Der dunkle Lord weiß jetzt, wo wir sind. Malak ist im Anmarsch. Dann sollten wir hoffen, dass Johani uns hier herausholt, bevor er kommt. Da bin ich mal gespannt. Oh, man wird mich sehen. Uh. Unsichtbar. So, erstmal Level ab hier. Kräfte. Dann haben wir mal einen Machtblitz. Oh, gut. Was will Jedi-Hüter? Sehr gut. Der ist nicht am Kampfstärksten, was Jedi-Talente angeht. Nicht Jedi-Talente, sondern den Nistschwertkampf angeht. Was natürlich äußerst praktisch ist. So, wie sieht es denn mit unserer Ausrüstung aus? Neural-Band. Ja gut, haben wir nichts anderes. Achso, wir haben nur das hier, was wir jetzt dabei haben. Das ist natürlich schlecht. Gut, egal, wir haben zwei Laserschwatter. Das reicht. Die Items sind wohl alle auf der App von Hawk verblieben. Gut, oder auch nicht. Je nachdem. Wir sind hier auf dem Schiff von Sorkarev und wie uns die Johani dann hoffentlich rausholt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und schaltet doch dann wieder ein. Bis dahin, haut da rein. Ciao.